Wir möchten Ihnen die Gesundheitsgruppe Spörer vorstellen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. In unserer Fachwerkstatt fertigen wir individuell auf den Kunden angepasste Hilfsmittel wie Prothesen, Orthesen, Maßschuhe und Einlagen oder Sitzschalen. Mit der Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen Produkten möchten wir hilfsbedürftige Menschen bei der Bewältigung alltäglicher Anforderungen entlasten. Unser Haus ist voll sortimentiert in den Bereichen Sanitätshaus, Orthopädie-Schuhtechnik, Orthopädie-Technik, Reha- und Kinderreha-Technik sowie Homecare. Auf rund 1000 Quadratmeter Lagerfläche stellen wir die Lieferungen zusammen. Unsere Fahrer legen jährlich 400.000 Kilometer zurück, dass sie zuverlässig und schnell versorgt werden. Profitieren auch Sie von der Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter. Gesundheitsgruppe Spörer – Ihr Partner in Ingolstadt.